Musik Ihr haut ein bisschen in die Tasten, damit ich euch vorstellen kann, auf wen ich saumäßig stolz bin. Das Orga-Team des CSD Stuttgart 2017. Im Vorstand, Erna Main hier. Der Haarenkorn, ebenfalls Mitglied des Vorstands, Thomas Schaal. Und das Dreigestirn komplett macht die zweite Frau in der Runde, Brigitte Weigel, Mitglied des Vorstands. Heute leider nicht hier, weil er sehr stark erkrankt. Deswegen die besten Wünsche von hier an Dennis Berndt, der für uns die Anlaufplanung macht. Kommt mal wieder zu uns. Helfende zu koordinieren, koordinieren ist seine Aufgabe. Er hat über 100 Menschen im Griff. Das ist Alexander Borst. Der Mann, der alles von A nach B bringt. Unser Logistiker Michael Nisch. Die Stadtaufplanung der CSD Hockenzer des Straßenfestes umliegt Jogi Hanf. Über 100 Termine der CSD Kuntur-Tage durchlaufen. Ihren E-Mail-Account Monika Müller, Kuntur-Tage. Er wird nicht nur auf dem CSD Truck mit, er organisiert und schmückt ihn auch, Christian Pichler. Jedenfalls im Koralteam, da speziell für die Jury, Tobinas Scho. Und nach, vor mir sogar noch dienstelter, Marco Schreier, unser Parade- und Versammlungsleiter. Marketing obliegt unter anderem Dominik Strube, heute leider verhindert, deswegen nicht da. Aber nächste Woche wieder, sie ist die Jurostand, ebenfalls Marketing, Rogi Takac. Meine Unterstützung in der neuen Bürogemeinschaft, Verwaltung und sie ist die Office, Katharina Vater. Unser Gastronomie-Chef, heute im DAK-Einsatz, Patrick Winker. Und der Konoschenhase, Marco Wunderlich. Und mein Name ist Christoph Mittel, der Geschäftsführer der IG Zielfnisch Stuttgart. Das Ola Team! Applaus 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 Das Ola Team, vielen herzlichen Dank für euch im Einsatz. Wir sehen Sie in der nächsten Minute, ganz, ganz oft. Applaus Untertitelung des ZDF für funk, 2017